DJ Marco Maribello on Tour heute in der Bowling Lounge in Overath. Das ist direkt an der A4 kurz vor Köln und ich habe heute hier die Aufgabe ein bisschen Disco Bowling zu machen. Ganz viel Spaß und Spielchen an den Bowling Bahnen. Wir gehen mal rein und gucken wie das Ganze hier so aussieht. Das ist die Bowling Lounge hier. Das ist hier heute mein Arbeitsplatz. Das kommt nicht oder die Kommandozentrale von DJ Marco Maribello. Hier die Haussteuerung für das ganze Soundsystem. Mein Arbeitsplatz ist heute mal etwas kompakter. Und so sieht es aus hier. Da gehe ich gleich runter und mache ein bisschen Spaß und Spiel an der Bowlingbahn mit den Gästen. Ein bisschen Animation. Da gehe ich gleich runter und mache ein bisschen Spaß und Spielchen an der Bowlingbahn mit den Gästen. Super! 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 Ja! Super! Wer ist der Bruder? Wer? 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 Wolfgang! Wolfgang mein Freund! Servus! Servus! Was tust du denn, dass du heute so gut bist? Ja, aber ich trinke mal ein Bier. Kindercocktail. Einer muss ja auch fahren. Einer muss ja fahren. Und was bist du heute unterwegs? Ja, als Frau. Als Frau. Als Frau. Als Miss, als Frau. Ihr habt Jungeser in der Aktion. Super! 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Wo ist denn dein Kaufladen heute? Hast du nichts dabei, dass du uns gekauft hast? In der Tasche? Was muss denn loswerden? Ich hab' nicht verstanden. Wer ist der Kursfall? Hey! 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 Simon wird traut sich bei uns. Hey! 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 Ich vergaß zu sagen, Jungs, das kostet 5 Euro. An der ganzen Stelle noch 10 Euro. Und jetzt mal ein bisschen Partylaune hier, Jungs. Jungs! 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 Und jetzt mal ein bisschen. Alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Aufregend. Wobei man so... Seid ihr bereit? Ja! Jetzt mal los. 2, 2, 1 und noch 6. Der hat jetzt 2. 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Man... Warte 5 ist es ja, Warte 5 war zuerst die Kugel! Warte 5! 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 Der Askel! Der Askel! Ja, das ist egal, ich brauche nur an meiner Freude und von der Lust geschehen! Ach gut! Lass es gehen, es ist die Axt, und bei uns zu kommen, lass es sein, Sie wird durch die Kiezen, du bist durch die Kiezen, du bist durch die Kiezen.